Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Cognition, das scheint ein Überflieger zu werden. Ja, und wer hat ihn gesehen? Wir haben ihn gesehen. Ganz genau, Paul und Stu haben ihn gesehen. Und die erzählen euch, was das ist. Ich weiß nur so viel, es ist ein Kurzfilm und in der Übersetzung kann ich euch sagen, steht folgendes. Wir reisen durch die symbolische Landschaft des Unterbewusstseins, während wir die Geschichte einer unzerbrechlichen Verbindung zwischen Vater und Sohn verfolgen. Deep Shit. Nicht ganz so deep, aber wahrscheinlich umso lustiger sind dann die Spark Shots. Und da könnt ihr Katy und Dom dabei zuhören, wie sie die gefunden haben. Pixar hatte seinen Angestellten sechs Monate Zeit und ein kleines Budget gegeben, um eigene Kurzfilme zu erstellen. Und die werden jetzt veröffentlicht. Am Ende könnt ihr mal gucken, was Max und Stu zu Bajo Quero sagen. Unter Null. Das soll ein spanischer Action-Thriller sein, der jetzt schon damit gehandelt wird, dass der sehr brutal ist. Ich habe irgendwo sogar gelesen, mega brutal. Mal sehen, was die beiden dazu sagen. Ja, wenn ihr dann noch eine Langeweile habt, kommt auf unseren YouTube-Kanal, lasst ein paar Likes da, ein paar Kommentare. Das finden wir immer super. Auch geht in Kontakt mit uns, spendiert uns einen Kaffee, seid einfach dabei. Macht's gut. Hallo und willkommen beim Teleschamp-Tisch zur Besprechung eines Kurzfilms, nämlich Cognition. Ich bin jetzt du und heute an meiner Seite ist der Paul. Ich grüße dich, Paul. Hallo, Stu. Paul, steigen wir mal direkt ein und du klärst die Frage, worum geht es in Cognition? Ja, und da greife ich jetzt mal ganz geschickt auf die Synopsis zurück, die uns da mitgeschickt wurde. Vega, ein atemberaubender Planet von unvergleichlicher Schönheit. Der zehnjährige Abner träumt von nichts anderem als das gesamte Universum zu erforschen, während er in der majestätischen Dämmerungshimmel von Vega blickt. Ja, blablabla. Das stand so nicht der Energiesynopsis. Das geht noch so ein bisschen weiter. Doch diese Träume sind alles andere als realistisch. Er und sein Vater Elias leben ein Nomadenleben auf der endlosen Wüstenlandschaft von Vega. Und ja, doch meilenweit entfernt gibt es eine andere Vega. Eine staatlich kontrollierte Vega, getrennt von den Kolonien. Eine Vega, in der nur eine Eliteklasse lebt, die ein technologisches Imperium aufgebaut hat, das im Universum unübertroffen ist. Ja, dankeschön. Für euch da draußen noch kurz der Hinweis, dass der Film seit dem 2. Februar draußen ist. Und ihr könnt ihn kaufen bzw. ausleihen bei iTunes, Amazon Prime Video, Google Play und YouTube Premium. Der Film hat eine Laufzeit von 27 Minuten und ist für einen Kurzfilm durchaus prominent besetzt. Denn eine größere Rolle hat Andrew Scott inne. Den kennt man unter anderem als Professor Moriarty in den Sherlock-Filmen mit Martin Freeman und Ben & Cumberbatch. Das heißt, ein gewisses Grundinteresse sollte vielleicht für den Film da sein. Auch, weil er ein seltenes Privileg hatte. Er wurde nämlich im November letzten Jahres, trotz Corona, lief er im Kino für drei Wochen. Uh, limitiert. Und die Briten wollen diesen Kurzfilm zu den Oscars schicken. Ob er dann letztlich nominiert wird, das ist noch, naja, das wissen wir nicht. Das wird sich dann zeigen. Aber sie halten große Stücke auf diesen Science-Fiction-Filmen. Und ich muss sagen, der Film fängt an mit einem klassischerweise Vorspann. Und der Vorspann hatte mich. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Paul. Aber der Vorspann, da war ich dabei. Der war stilistisch, der war toll. Und dann kam echt ein krasser Break. Weil von diesem sehr, ich nenne es mal, stilistischen und monochromen Vorspann, gibt es einen harten Cut. Und dann siehst du wirklich Greenscreen. Also, also nicht Greenscreen, aber du siehst halt Andrew Scott. Was sagst du? Das wäre auch lustig, so ein Kurzfilm, der nur von einem Greenscreen spricht. Ja. Nein, was ich damit sagen will, also du siehst keinen Greenscreen, aber du siehst deutlich, dass die beiden Darsteller, unter anderem Andrew Scott, da vor Greenscreen agieren. Was? Ich hatte voll das Gefühl, die stehen dort auf Vega. Und ja. Nee, aber ich stimme dir da zu. Denn ich habe mich am Anfang so gefühlt, als würde es jetzt irgendwie so die erste Folge von einer neuen Serie sein. Weil dieser Vorspann, ja der war schon irgendwie so ein Serienintro. Genau, ja. Und das ist vielleicht auch so eine Kritik, die ich an den Kurzfilmen jetzt mal stelle. Ich fand, als das wirkte nicht wie ein Gesamtwerk, das wirkte mehr wie so eine Art Vorstellungsgespräch für, hey, seht mal, das schaffe ich oder das schaffen wir, gibt uns mehr Geld, damit wir daraus einen Spielfilm oder eine Spielfilmreihe oder eine TV-Serie machen können. Stimmt, das wirkte stellenweise wie so ein Pitch. Genau. Wie so ein verfilmter Pitch, wenn man so will. Ja. Puh, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich da jetzt ansetzen soll. Denn das spielt so ein bisschen damit rein, dieses, ich nenne es mal Worldbuilding. Ja. Damit hatte ich schon dann mein Problem in 27 Minuten. Ja, ist da gar nicht so viel Zeit, da irgendwas groß entfalten zu lassen. Aber man bringt doch trotzdem eine ganze Menge unter. Oder versucht es zumindest. Ja, also, ich bin ja gerne einer, der sagt, boah, der Film ist zu lang. In diesem Fall würde ich ganz klar sagen, der Film ist für das, was er erzählt, zu kurz. Ja, da hätte man vielleicht die ersten fünf Minuten oder so, die hätte man so erzählen können. Also man sieht, wie gesagt, zu Beginn der Handlung diese Vater-Sohn-Beziehung kurz angedeutet. Die hätte man schon ausweiten können oder so. Oder halt auch die Schauspieler mal ein bisschen spielen lassen können. Und da hätte das vielleicht sogar schon für so einen kleinen Kurzfilm gereicht. Aber nein, danach kommt ja noch eine ganze, ganze Menge. Wir haben einen Zeitsprung. Wir haben dann auch noch so ganz viele verschiedene Ebenen, auf der er sich vielleicht interpretieren lässt. Aber mir war es für diese kurze Laufzeit auch too much. Ja, ich weiß nicht, ob es dir auch so erging, aber bei mir war es so, ich habe auch irgendwann komplett den Überblick und Faden verloren. Irgendwann wirkte das einfach nur für mich so, okay, neues Science-Fiction-Setting, okay, Klischees. Zum Beispiel, oh ja, guck mal da, der böse Wissenschaftler, der auch noch vom Deutschen gespielt wird und der so dermaßen denglig spricht, dass dir nach zwei Sätzen klar ist, der ist böse. Ja, ich kann das nur unterstreichen. Und dieses too much, das zieht sich, wie ich finde, nicht nur durch die Handlung, die man da eben so vorgesetzt bekommt und die eben auch mit typischen Science-Fiction-Merkmalen oder ja, so durchsetzt ist, sondern auch bei den Effekten, wo ich mir manchmal denke, okay, weniger wäre vielleicht ein bisschen mehr gewesen. Oder auch bei der Musik, die ich hier, es kommt selten vor, dass mir Musik negativ ins Ohr sticht. Entweder kriege ich sie nicht mit oder ich finde sie positiv. Aber hier ist sie mir nach einer Weile ein bisschen auf die Nerven gegangen. Denn es gab zumindest, wenn ich mich richtig erinnere, keine einzige ruhige Minute. Ja, das war so ein typischer Fall, wo die Musik auch so penetrant eingesetzt wird. Und so generisch. Ja, so, das ist jetzt traurig. Jetzt sei gefälligst auch traurig. Hör doch auf die Musik. Und das ist so, ich weiß nicht. Ich war wohlgemerkt von der Musik durchaus in der Hinsicht beeindruckt, dass sie ja für diesen Kurzfilm tatsächlich das Rundfunk-Orchestra da von der BBC bekommen haben. Ich kenne mich da jetzt nicht so sehr aus, aber ich kann mir vorstellen, dass die nicht unbedingt alles mitmachen. Aber ja, da gebe ich meine Musik auch noch vollkommen recht. Also das war zu penetrant, das war zu dick aufgetragen. Und am Ende von diesen 27 Minuten, oder sagen wir mal 25 Minuten, weil wir gucken, noch einen Abspann, der übrigens gefühlt aus drei Milliarden Produzenten besteht, saß ich hier und dachte, okay, ich bin jetzt kein Kurzfilmexperte, aber wenn die Briten sich Hoffnung machen für einen Kurzfilm-Oscar, ich weiß es nicht. Also bei den Oscar-Verleihungen würde ich den Film nicht sehen. Ich finde, der Film zeigt sehr deutlich, dass die Macher es deutlich auf dem Kasten haben, also technisch, aber dass sie sich da vielleicht ein Projekt jetzt rangezogen haben, das zu groß ist, um es in knapp einer halben Stunde abzuhandeln. Ja, wie findest du denn das? Oder gibt es dir noch mehr, dass man diesen Film dann eben, dass er dieses Metaphorische noch hat? Weil er wird ja auch beschrieben als ... Moment. Diese Zeit nutze ich einfach, um euch mitzuteilen, dass beim Telescharmtisch es noch diverse andere Podcasts gibt, nicht nur zu Kurzfilmen, sondern auch zu Spielfilmen und zu Serien. Telescharmtisch. Geil. Und wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr das gerne tun, schreibt uns einfach an. Wir nehmen eigentlich jeden. Ich meine, selbst ich wurde aufgenommen. Also von daher, ne? Verdammt, ich find's nicht, in dieser E-Mail. Na, es geht um die Verarbeitung eines Traumas, oder es geht eben um so, um ein Bewusstsein oder eine, das Kämpfen mit einer Entscheidung, die man getroffen hat. Und findest du das, also gibt dir diese Ebenen noch mehr, also, oder gibt sie dir etwas, was über dieses Science-Fiction-Ambiente hinausgeht? Also, ich sag mal so, ich finde, dass das durchaus in diesem Kurzfilm vorhanden ist. Es ist aber so plump und grobschlechtlich drin, aus dem einfachen Grunde, weil sie es ja gar nicht richtig behandeln können im Kürze der Zeit, dass es für mich eher störend wirkt, als förderlich. Finde ich auch. Den gleichen, den Eindruck hatte ich auch. Und auch wenn hier Andrew Scott war's, hier den Vater, also so richtig, ja, so eine richtige Chemie oder sowas, richtig Emotionales spüre ich da auch nicht. Nee, also dafür ist dieser Kurzfilm einfach zu sehr fixiert auf seine Effekte, auf das Spektakel, was er zeigt. Und da muss ich auch sagen, ja, da liefern sie ab. Und das ist qualitativ durchaus gut. Also, ich glaub mal nicht, dass sie ein Budget hatten von hunderten Millionen Dollar. Aber wie du schon sagst, es wirkt wie ein Pitch. Und ich dachte mir auch, wenn sie jemals wieder vorhaben, dieses Endless Game zu verfilmen, zum Beispiel als Kinofilm noch mal oder als Serie, dann wären die Macher des Kurzfilms durchaus eine interessante Wahl. Aber jetzt diesen Kurzfilm betrachtet nur für sich alleine stehend, finde ich, war das eher eine Enttäuschung. Ja. Für mich auch. Leider, weil eigentlich bin ich, ich bin Science-Fiction-Fan und ich liebe da eigentlich auch immer wieder neuen Stoff zu sehen, aber der hat mich leider ein bisschen unterwältigt. Ja. Willkommen im Club. Und ohne es böse zu meinen, dem Machern gegenüber, aber ich bin mir sehr sicher, dass wenn jetzt in ein paar Wochen die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben werden, dass dieser Film nicht bei den Kurzfilmen genannt wird. Und wenn doch, dann ... Aber ich muss trotzdem sagen, ich habe für solche Art von Projekten doch immer so Hochachtung übrig. Ich möchte jetzt diesen, oder diese Besprechung jetzt sicher auf so einem Tonus enden lassen. Der Film ist schlecht. Also ich glaube, wir können festhalten, wir beide waren jetzt nicht so begeistert, aber da steckt schon was hinter. Also gerade vom technischen Bereich, da steckte bestimmt viel Arbeit und Herzblut drin. Das kann man dem Film nicht nehmen. Vielleicht wurde er einfach an uns falsch herangetragen. Ja, weil diese E-Mail, die wir bekommen haben, die sprüht ihr ja über vor Superlativen. Deswegen also würde ich vorschlagen, wenn euch das interessiert, und sei es jetzt nur, weil er Andrew Scott toll findet, oder einfach nur, weil ihr mal Bock auf Hard Sci-Fi habt, dass es unter 30 Minuten geht, dann tut euch den Gefallen und guckt mal rein. Vielleicht könnt ihr damit mehr anfangen, als der Paul und ich. Und wie gesagt, also 25 Minuten, es ist jetzt auch nicht die Welt. Also einen Blick riskieren kann man vielleicht. Es sei erwähnt, der Film, den gibt es nur im Originalton, er wird aber auch Deutsch-Untertitel haben. Wir haben ihn jetzt nur in Aufhau gesehen, aber ich glaube, wir konnten soweit dem Ganzen folgen. Ja, Paul, dann sind wir durch. Ist länger geworden, als erwartet? Ja. Ja. Was soll's. Ich würde dir vorschlagen, lass es noch 10 Minuten machen, dann sind wir gleich lang wieder Filme, weil dann kommen wir im Wecker von unserem Chef. Paul, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Und ich danke mir dafür, dass ich anwesend war. Danke ist du. Gern geschehen ist du. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den restlichen Podcasts des Tele-Stammtischs. Und Paul, du hast das letzte Wort. Ich sage nur noch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Disney Plus hat ja hier und da durchaus einiges zu bieten, abseits von The Mandalorian oder demnächst WandaVision. Aber hier sind auch kleine Schätze verborgen, die man wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm haben dürfte. Und damit meine ich nicht unbedingt die Pixar-Kurzfilme, sondern die Pixar-Spark-Shorts. Und die wollen wir hier in diesem kleinen, aber feinen Special ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Und wer bin ich überhaupt? Ich bin der Dom. Ihr kennt mich wahrscheinlich schon. Und ich caste heute zum ersten Mal mit jemandem, mit dem ich seit gefühlten Stunden ein Vorgespräch geführt habe. Es war eine nicht gefühlte Stunde, es war ein Stunde. Es war ein Stunde. Genau, und damit ist sie hier, die Katharina. Hi, hi. Ja, du hattest die Idee dazu. Da kann ich mich schon mal recht herzlich bedanken. Ich war ja letztens in meiner Pixar-Phase unglaublich begeistert von diesen Dingern, habe mir eins nach dem anderen reingezogen auf Disney Plus. Möchtest du den Zuhörern so ein bisschen näher bringen, was eigentlich die Pixar-Spark-Shorts sind? Ja, gerne. Es sind animierte Kurzfilme von Pixar. Und ich habe gelesen, dass Pixar-Mitarbeiter irgendwie so Budget und ein halbes Jahr Zeit bekommen, dann können sie damit halt im Prinzip machen, was sie wollen. Und da sind mittlerweile acht Kurzfilme entstanden. Genau. Die ersten drei davon sind noch auf YouTube erschienen noch und dann der Rest auf Disney Plus. Und da geht es um die verschiedensten Themen, die haben die verschiedensten Animationsstile. Aber was sie alle gemeint haben, ist, dass sie einfach wunderschön sind und auch wichtige Themen sehr schön verpacken. Ja, sehr wichtige Themen tatsächlich. Also man merkt, das sind alles größtenteils sehr persönliche Arbeiten. Es stehen manchmal sogar Widmungen irgendwie an Verstorbene, weiß ich nicht, an Verwandte oder Kollegen zumindest drin. Und was vor allem sehr wichtig ist, also es war schon richtig, dass die von Pixar produziert wurden. Realisiert sind die allerdings komplett unabhängig, soweit ich weiß. Okay. Also das sind richtige Indie-Streifen im Pixar-Gewand. Und das merkt man durchaus, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, der Einer ist schöner als der Andere und sie sind alle unterschiedlich und trotzdem auf ihre eigene Art alle total super. Man sitzt da und denkt so, okay, den fand ich mega, das wird mein absoluter Lieber schon, mein Nächster. Der ist aber auch genial und das geht immer so weiter. Ja, vor allem ist es halt schön, also wir haben natürlich schon Beiträge, die natürlich schon, wie man es halt von Pixar kennt, CGI-3D-Animationen sind. Wir haben aber auch einige, die, ja, wirklich so klassische Animationen sind und das auch wiederum mit sehr eigenen Stilistiken, ne? Ja, zum Beispiel der neueste da jetzt, Burrow, der eigentlich vor Soul hätte im Kino laufen sollen. Genau. Der ist auch so auf 2D und hat ein bisschen, also hat seinen älteren Stil ein bisschen, aber einfach auf Hochglanzer auch natürlich, weil es doch Pixar. Ja, vielleicht greifen wir uns den so als allererstes raus. Also kann ich jetzt mal vorweg sagen, also wir werden jetzt nicht alle 8 Filme im Detail besprechen, aber die, die uns persönlich mit am besten gefallen hatten und wo wir einfach, ja, wirklich was zu sagen können, die wir ja auch tatsächlich für uns als wichtig empfinden. Also ich kann sagen, die sind alle sehenswert. Auf jeden Fall. Alle wahnsinnig kurzweilig. Lasst euch auch irgendwie nicht von den Laufzeiten auf Disney Plus täuschen, wo ich es jetzt nur mal gesehen habe. Das ist sehr seltsam. Also da gehen Filme dann irgendwie, die mit zwölf Minuten ausgewiesen werden, gehen eigentlich nur sieben oder fünf? Ja, mit vier Minuten Abspann dann. Genau, genau. Der Rest besteht aus Abspann und aus tausend Texttafeln von hundert Ländern, wo das Ganze synchronisiert wurde. Und die, die in Deutschland synchronisiert wurden oder beziehungsweise die deutsche Vertonung, die wurde immer oder entstand immer unter der Synchronregie tatsächlich von Patrick Roche, den viele kennen dürften als deutsche Stimme von Keith Harrington in Game of Thrones. Da könnt ihr auch gerne, liebe Zuhörer, reinhören in ein relativ langes Interview, was der Kollege Andi Papelitzki mit Patrick Roche geführt hat. Das ist nämlich tatsächlich jemand aus seinem Bekanntenkreis. Sehr, sehr gerne reinhören. Ist mir, ja, fiel mir halt auf hier tatsächlich. Weiß nicht, ob du das jetzt so auf dem Schirm hast. Nein. Der spricht zum Beispiel auch, wie heißt der denn jetzt nochmal? Ach, der aus Panem. Sam Cleflin. Falls du den kennst, auch nicht. Okay, egal. Vielleicht schneide ich das hier sogar raus. Ja, kommen wir doch erstmal zu Burrow, der vor Soul lief. Der laufen soll. Möchtest du kurz umreißen, worum es geht? Ja, es geht um einen Hasen, der endlich so ein erstes eigenen kleinen Bau haben will und der hat so ein kleines Planzeichen, was er alles will. Und dann fängt er an, das zu bauen und trifft dann seine Nachbarn und wird dann so ein bisschen unsicher und denkt sich so, ach, die haben alle viel schönere Höhlen und Gebäude oder, er ist eigentlich Höhlen oder als ich und Zimmer und dann wird er total eigentlich traurig und fängt an zu graben und will aber unbedingt, sagen wir so, er fängt an zu graben und sieht immer mehr, wie die anderen Tiere eigentlich wohnen. Er trifft Maulwürmer, Regenwürmer. Genau. Maulwürfe, nicht der Würmer, Maulwürfe, Regenwürmer und am Ende kommt er aber dann drauf, dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist, um Hilfe zu fragen und sie bauen ihm ein richtig schönes Haus und der ist einfach total knuffig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Der ist so süß und hat so eine wichtige Message, dass es okay ist, wenn man das nicht kann, dass man nachfragt, dass man Hilfe annimmt und hat das auf eine so schöne Art und so wie die meisten von diesen Kurzfilmen, ohne viel Worte zu verlieren. Ja, also der verliert natürlich gar keine Worte oder eigentlich nur Tierlaute halt. Ich muss sagen, du hattest ja schon gesagt, dass der sehr oldschoolig ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja gut, das haben wir im Vorgespräch festgestellt, dass wir nicht unbedingt ein Jahrgang sind. Ja. Ich kann nur sagen, mich hat es von der ersten Szene und spätestens dann mit dem Auftritt des Maulwurfs unglaublich an der kleine Maulwurf erinnert. Wenn du das vielleicht noch kennst, ist es eine sehr alte Serie, die es bei der Sendung mit der Maus gibt. Ja, 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 die sagt mir was. Genau, das ist fast schon eigentlich ein Stand-in hier. Also die Stilistik ist so ähnlich auch, dass die Tiere fast alle von den Proportionen irgendwie sehr gleich sind. Ja, stimmt. Was ein bisschen komisch ist bei einem Hasen und einem Maulwurf. Aber wirklich total schön. Sehr einfach von der Stilistik her. Sehr schön, sehr visuell erzählt. Und da merkt man halt, dass Pixar trotz der ganzen modernen Animationen auch sehr, sehr klassisch kann. Wobei man natürlich sagen muss, dass das hier, es ist zwar von Pixar produzierter Film, aber es ist ja eigentlich ein Indie-Ding. Ja. Aber wie gesagt, der ist einfach wunderschön. Und wie gesagt, es ist ein Tier, also sie reden nicht. Man weiß trotzdem ganz genau, was es geht. Man kann alles nachvollziehen und fühlen mit den Tieren somit. Ja, es ist wirklich, wirklich ein schöner Film. Obwohl ich mich jetzt schon frage, wäre der wohl im Kino gelaufen vor Soul? Also ich habe, also mein Wissensstand ist, dass der eigentlich, also ich weiß nicht, ob er im Kino gelaufen wäre, aber zumindest mit Soul released hätte werden sollen irgendwie. Mhm. Also das ist, was ich gelesen habe. Ja, haben sie dann jetzt mehr oder weniger dann auch gemacht auf Disney Plus? Ja, genau. Ich war nämlich erst so ein bisschen enttäuscht, da dachte ich mir so, wo ist denn der Pixar-Vorfilm? Ne? Und ja gut, also ich hatte halt eigentlich den Eindruck, dass diese Spark-Shorts, dass die halt wirklich so ein losgelöstes Projekt sind, was so für sich steht und dass es halt daneben noch die eigentlichen Kurzfilme gibt. Es kann auch sein, dass vielleicht auch Corona-bedingt kein neuer, eigentlicher Vorfilm jetzt bei Soul produziert werden konnte oder sowas, ne? Ja, das könnte nicht sein. Also bei Soul im Abspann, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da stand ja irgendwie auch, dass sie, dass der wohl auch im Homeoffice fertig produziert worden ist. Ja. Irgendwie mit sechs Fuß Abstand zueinander oder so haben sie den irgendwie fertiggestellt. Sehr ulkig. Ja, ne, wirklich ein schöner, schöner Beitrag, auch wieder einer von denen, das habe ich auch schon in unserem Oscar-Kurzfilmcast gesagt, da kann man auch gerne mal reinhören, da ist nämlich auch ein Vertreter des Spark-Shorts bei gewesen, nämlich Kid Bull, über den wir jetzt dann nicht so wahnsinnig viel mehr sagen können. Ich schätze tatsächlich sehr an diesem Film, dass die ohne Sprache auskommen. Ja. Das, da merkst du wirklich visuelles Erzählen oder halt, ja, filmisches visuelles Erzählen funktioniert immer noch wunderbar. Also stell dir mal wirklich vor, die Tiere hinten ja alle stimmen. Ja, das wird auch ein bisschen von dem Charme herausnehmen, glaube ich. Ja, eben, das ist halt ähnlich wie bei sowas wie, ja, ich kann es nur noch mal sagen, der kleine Maulwurf. Das, 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 ah, das hätte, das hätte auch eine Folge der kleine Maulwurf. Wobei ich den, ja, den finde ich halt auch echt putzig und nicht nur aus meiner Kindheit. Aber schön, dass du den noch kennst. Ja, wir sind mit der Maus und das lief auch bei mir. Das ist, glaube ich, zeitlos. Ja, aber das ist ja wirklich uralt. Das ist ja irgendwie aus den 70ern oder so. Meine Mutter hat mir immer erzählt, dass sie das als Kind gesehen hat, wie der Maulwurf seine Hose bekam. Aber gut, das führt jetzt hier zu weit. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Also, Burrow kann man, kann man sich gerne ansehen. Vielleicht kommt man dann auch ein bisschen so, also, wer diese Sparkshots nicht so auf dem Schirm hat, ich glaube, Burrow wird auch irgendwie angepriesen auf der Startseite von Disney+. Ich glaube auch. Man kann die tatsächlich nur da sehen, Die Älteren kann man noch bei, bei YouTube sehen. Die Älteren, glaube ich. Ich glaube, Pearl, Smashing, Grab und Kid Bull sind auf YouTube. Genau, Pearl ist der allererste, meine ich. Ja. Dann mach mit dem weiter. Ja, Pearl ist mein absoluter Liebling. Weil Pearl ist ein pinkes Wollknüppel. Und das kommt, also das heißt in Pearl, das kommt in eine Firma namens Pro Corporation. Und dort sind halt alles Männer. Weiße Männer vor allem. Und sie kommt halt rein und ist total voller Lebensfreude, freut sich total, dass sie da zum Arbeiten anfangen darf. Hat lauter so gestrickte Sachen dabei, belegt den Tisch damit, mit einer bunten Hefe, mit einer bunten Decke und ist total glücklich. Und kommt aber halt irgendwann drauf, dass sie da irgendwie nicht da reinpassen, dass ihre Arbeitskollegen sie halt auch ignorieren und ausschließen und irgendwie nichts zu tun haben wollen, woraufhin sie dann anfängt, sich anzupassen und halt wie ihre Kollegen zu werden, wo sich auch so ein Anzug dann strickt und den dann irgendwie anhat. Bis dann irgendwann ein zweites, ein gelbes Wolkenhölk kommt und sie sich halt dann anfreunden und am Schluss sind wir dann nur wie die ganze Firma halt bunt ist. Es sind dann viel mehr Wolkenhölk da und dann eben auch Menschen und wie die halt zusammenarbeiten. Und das ist einfach ein wunderschöner Film, sie reden. Es ist, glaube ich, der Sparks, bei dem am meisten geredet wird, was aber auch nicht stört. Und er ist wunderschön. Ich mag das, was der Film erzählt und wie er es macht und es ist mein absolut Liebling von den Acht. Ich kann es mir wieder sagen. Obwohl nicht gesungen wird. Obwohl nicht gesungen wird, ja. Hashtag Hamilton. Ja. Beim Thema bleiben. Ja, nee, also ich muss sagen, als ich Pearl entdeckt hatte, dachte ich mir so, ist das jetzt euer Ernst? Weil der sah halt wirklich irgendwie doof aus auf den ersten Blick, weil, ja, ich meine gut, das ist, es ist ein Film, der halt extrem auf Kontraste setzt. Ja. Da muss man sagen, die Umgebung und die anderen Figuren in dieser Firma, was auch immer die da eigentlich machen, keine Ahnung, weiß ich nicht, halt Stromberg als Animationsfilm, die, die sehen halt aus wie typische Pixar-Animationen, weitestgehend, relativ so seriös und sie ist halt, ja, ein rosa Wollknäuel. Ja, ein rosa Wollknäuel, wirklich auch mit so einem SpongeBob-Grinsen und später sieht sie dann ja auch aus so ein bisschen wie so ein platter SpongeBob. Ja, das ist ein guter Vergleich, Ich, ich, ich dachte mir da so wirklich erst, also wie gesagt, meint ihr das ernst? Und dann habe ich mir das Ding angesehen und muss sagen, ich fand den echt gut. Ja. Die ist am Anfang irgendwie ein bisschen nervig und ja gut, dass sie jetzt weiblich ist, das ist mir interessanterweise gar nicht mehr, also gut, es fällt schon auf, dass da eigentlich auch nur Männer sind, klar, aber da habe ich gar nicht so darauf geachtet, weil ich halt die ganze Zeit damit beschäftigt war, warum ist sie ein Wollknäuel? Also, ich finde, ich finde, das war gar nicht zu stören, das war halt diesen, wie gesagt, dieser Kontrast, der da ist und also ich meine, was ist ein stärkerer Kontrast als, Männer im Anzug mit einem pinken Wollknäuel? Ja, 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 das mochte ich tatsächlich auch, also es war auch halt total auf die Spitze getrieben, also ich habe hier gerade ein Bild vor Augen, wie die da irgendwie ihren Platz eingerichtet hat, alles ist gehäkelt und selbst der, selbst der Laptop, den sie irgendwie aufgeklappt hat, der halt aussieht wie so ein Apple Stand-In, also so ein Mac oder was, selbst der ist irgendwie gestrickt, das ist schon geil. Es gibt so, die erste Szene ist, dass sie halt zum Aufzug stehen und sie sich halt total freut, dass sie da jetzt arbeiten darf und ihre Mitarbeiter die bekommt und man sieht nur den Typen, der sie halt einführt und auf einmal schaut halt runter, weil sie ist halt auch halt ein Wollknäuel, es geht denen halt, weiß ich nicht, ein bisschen über die Knöchel und nicht weiter und man sieht aber einfach gar nicht zieht und das ist halt so gut gelöst, das ist, ich fand sie von Anfang sympathisch und der, also mein absolut Lieblings von denen halt. Ja, ich war jetzt auch am überlegen, haben sie, weil es, das ist halt so ein starker Kontrast, ist dieses Knäuel überhaupt animiert oder ist das eventuell sogar mit Stop-Motion? Ja, das kann ich nicht sagen. Weil es sieht so echt aus, so plastisch und der Kontrast ist halt, ich meine ganz ehrlich, es ist halt einfach ein Wollknäuel mit Augen und Mund, mehr ist es nicht. Und mit riesen Lebensfreude. Ja, und, aber die passt sich dann halt sehr stark an, also extrem stark, also, was halt sehr gut rüberkommt, ist halt dieses, wo ich es jetzt auch nochmal zum zweiten Mal gesehen habe hierfür, die ist halt wirklich so die Neue auf der Arbeit und versucht halt irgendwie dazu zu gehören, also die stellt sich dann irgendwie zu den Kollegen, die Witze erzählen und lacht dann irgendwie übertrieben laut und, also, das, das kommt sehr gut rüber und das ist tatsächlich auch abseits dieser extrem starken Kontraste etwas, was, was funktioniert. Ja, stimmt. Und gleichzeitig ist die Message aber eigentlich auch sehr schön. Ja, okay. Ich muss sagen, also doch, der hat mir sehr gefallen, äh, ja, nee, es ist, dass das halt völlig so ein Angriff auf die Augen oder auf die Sehgewohnheiten ist, das ist ja gewollt und das geht auch auf tatsächlich. Ja, natürlich, weil man rechnet halt nicht damit, dass da in dieser Welt halt ein kleines, aufgedrehtes, pinkes Wolfgang kommt. Ja, vor allem halt schon, also, auch, auch, wie die da ihren, ihren Ausweis irgendwie angepintert, das, das erinnerte mich so an Spongebob auch schon, der auch immer so blöde guckt auf so Ausweismilder. Weiß ich nicht, ich bin bereit, ich bin bereit, kann man irgendwie auch schon so durch, ey. Gott, ey. Ich kann, ich kann die Spongebob-Stimme besser, aber ich mach sie jetzt nicht. Äh, ich dachte halt wirklich, immer kommt noch die Lache aus ihrem Mund, egal. Nee, also, äh, hat gut funktioniert, kann ich auch empfehlen. Was, was ich noch hervorheben kann, ganz kurz, die Musik ist sogar tatsächlich von der bekannten Komponiste, nämlich Pina Toprak, die schon die Musik zu Captain Marvel unter anderem gemacht hat und die hier, äh, ja, einen reinen Jazz, äh, Soundtrack eigentlich abliefert, ne? Ja, stimmt, der ist ziemlich nice. Passt aber wunderbar. Ja, auf jeden Fall. Und gerade für den Pixar-Film ist auch so diese, sag ich jetzt mal schon, juppi, Warstreet-Umgebung, zumindest so ein bisschen semi, äh, auch was sehr ungewöhnliches, ne? Äh, ich, bin nicht mitkommen, aber du hast sicher recht. Ja, weil das, das wirkt halt so ultra seriös. Ach so, ja. Ich hab ja, hab ja schon gesagt, äh, hat ja schon so leichte Stromberg-Vibes eigentlich. Ja, ja, Das, das wäre halt höchstens okay gewesen, wenn da irgendwie so ein Chef gekommen wäre, der sie irgendwie total zur Sau macht, oder? Ja. Aber dafür hätte dann keinen Platz gehabt. Ne, also trotz der Dialoglastigkeit gegenüber anderen Werken, muss man ja schon sagen, äh, funktioniert der prächtig. Und dann würde ich sagen, schwenken wir über zu meinem, beim Stichwort Dialoglastigkeit, weil, oder, ja, Dialoglastigkeit und Kontraste sind da eigentlich sogar noch prägnanter, nämlich bei Loop, den ich persönlich sehr großartig fand, ist eigentlich auch ein sehr simpler Film. Es geht, ja, um einen jungen, afroamerikanischen Jungen, glaube ich, ne, der, ja, ich, ich weiß gar nicht, ist das irgendwie so ein Camp oder so? Feriencamp, hätte ich auch geschätzt. Genau, der soll eine Kanufahrt machen mit einem Mädchen, was nicht redet und wo sehr schnell klar wird, dass sie ein bisschen anders ist. Und sie kommuniziert auch nur über so ein Handy, das macht, also das kann so Laute machen, das als einzige war eigentlich, was sie von sich gibt, ist über dieses Handy, das diese Laute macht. Genau, und sie hat halt, also, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich war sehr schnell begeistert davon, weil ich mir wirklich dachte, und das ist eigentlich so der große Trumpf einfach an diesen Spark-Shorts, hier siehst du wirklich Sachen, die du weder bei Pixar noch bei Disney wirklich auf dem Schirm hast. und da ist hier wirklich das Prägnanteste, also wir kommen noch zu was anderem, aber hier ist wirklich, also jetzt mal Hand aufs Herz, in welchem Disney-Film siehst du ein autistisches Mädchen? Ja, stimmt. Na, und vor allem dann, ja gut, da könnte man jetzt natürlich ins Feld führen, er ist irgendwie schwarz, sie ist irgendwie, weiß ich nicht, eventuell, Latino eventuell, das wirkt aber für mich auch nicht aufgesetzt. Nein, überhaupt nicht, das ist alles natürlich, also. Total unaufdringlich, ja, und da wirklich einen starken Kontrast, also er, ja, er muss halt mit ihr paddeln, irgendwie im Kanu, und die ist halt total, die, die ist so in ihren Routinen gefangen, ne, also auch mit diesem komischen Klingelton, der wirklich ultra nervig ist. Also da kommt irgendwie immer so, di, 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 und dann ohne Bällen, ey, furchtbar. Boah, zur Hölle damit. Aber das, das passt ja auch Loop, ne, dreht sich halt im Kreis. Und wie gesagt, ich find's halt extrem toll, dass man, dass man hier sowas gewagt hat und dass, dass auch wirklich die Begegnung zwischen diesen beiden, nicht nur auf visueller Ebene, sondern eben auch halt durch Kommunikation stattfindet, weil er ist halt eine Quasselstrippe und sie redet halt gar nicht, beziehungsweise sie kommuniziert halt nur darüber. Ich muss dazu sagen, ich hab beim ersten Mal gedacht, den Film, den hätte man auch ohne Sprache realisieren können, aber das ist eigentlich der Trumpf hierbei. Ja. Ne? Es ist wieder der Kontrast, so wie bei Pearl halt, die Männer im Anzug und das Pinky Walker, das ist da halt, das Mädchen, das gar nicht spricht und der Junge, der halt sehr viel redet. Genau, und der aber dadurch trotzdem irgendwie eine Verbindung zu ihr aufbaut. Ja. Die aber nie erzwungen wirkt und man merkt genau, die mit ihren Tics, da gibt's dann irgendwie auch eine Stelle, wo sie dann irgendwie mit dem Kanu irgendwo gegenstoßen oder fahren irgendwie andere durch. Man merkt direkt, die ist total aus ihrer kleinen Traumwelt und ihren Routinen gerissen, was ja typisch für Autisten ist. Ja. Und das kam sehr natürlich rüber, ohne irgendwie aufgesetzt zu wirken. Ja. Und das finde ich nicht nur bei Loops so, dass das alles irgendwie nicht aufgesetzt ist, sondern sich nicht eigentlich bei allen ist. Alle diese Sparchers haben irgendwie eine tiefgründigere Message, die auch manchmal sehr erwachsen ist. Ja. Und die ist aber keinem, finde ich, irgendwie aufzwungen. Die fließt bei allen so mit und man erkennt sie natürlich, aber sie ist nicht irgendwie so omnibus, nur dass sie sich einem aufdringt, sondern sie ist einfach da und versteht sie und in diesem ganzen Konstrukt von diesem Film. Genau das, also jetzt mal als Beispiel, du hättest ja, weiß ich nicht, indem du jetzt irgendwie die Diversität dann auch ein bisschen mehr in den Vordergrund drückst, du hättest ja irgendwie, keine Ahnung, er hört irgendwie Hip-Hop oder Jazz oder so und sie hat halt dieses komische Hundebellen. Ja. Aber gar nicht, es spielt überhaupt keine Rolle, was sie irgendwie für eine ethnische Herkunft haben, sondern es ist eigentlich, ja, es ist halt, also du könntest das Ganze auch locker mit, weiß ich nicht, anderen Nationalitäten erzählen. Es spielt überhaupt keine Rolle, sondern Autisten gibt es auch bei Latinos oder bei Schwarzen. Es ist alles möglich. Es ist wahnsinnig universell, wirkt das einfach. Stimmt, ja. Und das ist schön. Also das ist immer jetzt die ganzen Spark-Shot-Sing hinweg, dass es sehr bunt ist alles. Ja, aber es wirkt nie so aufgesetzt. Ja, genau. Wie bei anderen Disney-Produktionen, gerade auch bei den, bei den jüngeren Realfilmen teilweise dann tatsächlich. Sehr, sehr schön und ich kann es nur noch mal sagen, also, dass wir ein autistisches Mädchen sehen in einem Disney-Film, wobei man da jetzt generell zu den Spark-Shots, also ich, ich finde das toll, die sind für mich so ein, so ein, so ein, so ein Kapp der Kreativität bei Pixar, ne? Das ist Pixar ja generell, so was Disney angeht, aber das ist nochmal ganz was Eigenes für sich, also das sind wirklich kleine Schätze, könnte natürlich jetzt ins Feld führen, hier gibt man halt den Pixar-Leuten oder wiederum Pixar irgendwelchen Indie-Neuankömmligen die Freiheiten, weil, naja, das sind halt Sachen, die jetzt nicht so das ganz große Publikum sieht, ne? Das heißt, da kann man auch mal ernstere oder etwas unbequemere Themen ansprechen, ne? Ja, aber ich glaube, trotzdem nachdem, dass sie auf Disney Plus laufen und man das mal durchschaut, ich glaube schon, dass da mehr Leute draufstoßen, wenn die irgendwie nur auf YouTube blieben wären, also dass man es zumindest findet, das ist meine Meinung, dass wenn du da irgendwie da durchschaust und das siehst und dann so, oh, nur 12 Minuten, da schau ich gar mal nebenbei so weg oder so und dich dann beschäftigst vielleicht. Ja, da ist schon was dran, das stimmt. Ja, obwohl es ist jetzt so die Frage, meinst du sowas wie Loop, wäre auch jetzt beispielsweise als Vorfilm zu Soul gezeigt worden? Ne, da hätten es lieber zwei Signale-Vulkanen gezeigt. Du musst, du musst das hier rausholen. Ja, kurz zur Info, Katharina meint, glaube ich, den Kurzfilm Lava, der damals vor alle steht, Kopf lief und den ich absolut furchtbar finde. Egal. Ja, vielleicht können wir da dann auch einen Anknüpfpunkt finden, Stichwort unbequemes Thema, ein Film, der wahrscheinlich definitiv nicht so, sagen wir es mal so, einem internationalen Publikum gezeigt würde, ist out. Von 2020, Mai 2020 wurde er veröffentlicht. Magst du kurz sagen, worum es geht? Ja, also es geht um ein schwules Pärchen und die ziehen um und dann kommen die Eltern von dem einen plötzlich zu Besuch und die wissen halt noch nicht, dass er schwul ist und der hat halt Angst, sich zu outen, weil er Angst hat, nicht akzeptiert zu werden und was seine Eltern denken werden. und dann wird das alles irgendwie durch die Sicht seines Hundes erzählt. Ja, ja. Was alles ein bisschen schräg, aber trotzdem sehr nett ist und wie er sich dann, wie er dann zu seinem Outing kommt und dass seine Eltern ihn natürlich so akzeptieren, wie er ist und das eigentlich auch schon wissen, weil es sind seine Eltern. Genau. Ja, du hast jetzt wirklich schon die Tür eingetreten, unbequemste Thematik überhaupt vielleicht und in der Hinsicht ist es vielleicht der bislang mutigste, also das bisher mutigste, was ich in den letzten Jahren von Disney gesehen habe. Ja. Wobei ich die demente Oma in Coco auch schon toll fand. Ja, Homosexualität, ne? Und zwar wirklich offen, also wir sehen sogar wirklich, wir sehen in einem Disney-Animationsfilm einen schwulen Kuss. Aber ich meine, es ist 2020, es wird halt einfach schon langsam, also es ist schon langsam, schon längst Zeit. Ja, das, es ist, ja, es ist, weißt du, das, da haben wir halt wieder Segen und Fluch zugleich da irgendwie. Es ist, es ist schön, dass es das gibt, aber zugleich ist es traurig, dass wir das als besonders hervorheben müssen im Jahr 2020. Ja, also ich habe ihn jetzt nochmal gesehen und ich weiß den Film auch zu schätzen für seinen Mut, muss aber sagen, dass ich ihn doch ein bisschen schwächer finde. Das, mich hat das mit dem Hund so verwirrt. Ja. ich bin da, also, es geht dann irgendwie, dass sich halt der, der, der Geist des Mannes in den Hund und der Hund in den Mannes und das, das habe ich am Anfang, ich habe nicht mit gerechnet, ich habe am Anfang mit dem Vorredner damit und dann, dann sagst du so, okay, ja, jetzt kommt, jetzt kommt's, okay, aber das, das ist ja, also es ist eine eigene Zählweise, aber eigentlich eine ziemlich schöne, finde ich, das aus den, durch die Augen des, des Tieres so zu sehen. Also das, das ist eine nette Idee, das ist, das ist halt, jeder, der So gesehen hat, das ist ja eigentlich die Kurzvariante davon und interessanterweise lief dieser Film nicht vor So, sondern eben Burrow. Ja. Also ich, ist nicht so, dass ich es nicht mag, ich sag's aber ganz ehrlich, ich hätte das mit dem Hund gar nicht gebraucht. Ja, das stimmt. Ich hätte, ich hätte eigentlich nur, weil es ist ja so, also, weiß ich nicht, die, die wohnen halt zusammen, schwules Pärchen, die Eltern tauchen unvermittelt auf und er versucht halt die ganze Zeit das zu verheimlichen, also sein Freund ist ja irgendwie weg und er versucht ständig dieses Foto von beiden zu verstecken. Das hätte mir gereicht. Ja. Das hätte mir gereicht, halt irgendwie, oh, der versucht die Eltern irgendwie hinzuhalten, oh ja, weiß ich nicht, hier, ich stelle euch Kekse auf den Tisch und lass nebenbei das Foto irgendwie verschwinden. Das hätte für mich völlig ausgereicht. Ja, aber ich weiß nicht, ob der Reiz so da gewesen wäre, wenn der Hund das nicht dauernd immer noch irgendwie wieder rausgebracht hätte oder wäre es einmal weg gewesen. Aber so ist es wieder, also immer dieses Hin und Her zwischen ihm und den Hunden ist, dass der Hund es irgendwie, dass es doch dann irgendwie auftaucht und er es wieder weg muss und so. Ja, ich fand das, ja, vielleicht ist diese Körpertauschnummer auch für mich so ein bisschen, so ein bisschen abgedroschen, sage ich ganz ehrlich. Was ich da auch sehr schade finde, dass der Film, also die Konfrontation ist ja teilweise dann größtenteils zwischen dem, dem, dem Hund, also halt er, der in dem Hund steckt und seiner Mutter. Mutter und dann sehen wir aber gar nicht, weil er hat ja wahnsinnige Angst davor, dass seine Mutter halt rausfindet, dass er, also der drückt sich ja eigentlich um sein Coming Out, da ja auch der Name, herum. Und schade finde ich dann aber, obwohl wir die meiste Zeit mit der Mutter verbringen, sieht man dann am Ende gar nicht wirklich die Reaktion der Mutter auf sein Coming Out. Ja, oh ja, also ich weiß nicht, ich finde schon, man sieht dann, wie sie draußen sitzt und sie das Bild dann sieht und also sie sagt ja, ich glaube sie sagt, dass er einen Mann findet, der sie glücklich macht, bevor sie das Bild sieht und dass sie dann, sie wusste das halt schon. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Aber da hat sie ja mit dem Hund gesprochen, ne? Ja, aber sie sagt dem Hund, dass er einen Mann findet, der ihn glücklich macht. Jemanden findet, oder? Nein, ich bin mal, okay, vielleicht habt ihr es auch voll verstanden, aber ich will mal eins, ich sage, ja, es kann natürlich sein, also ja, ich habe ihn jetzt tatsächlich kurz vorher nochmal gesehen. Okay, vielleicht habt ihr es fast schon in Erinnerung. Ich meine halt, dass es so wäre, der stellt mit dem Vater vor oder also am Ende stehen die ja da irgendwie mit einem Barbecue-Grill und er stellt seinen Freund vor und der Vater begrüßt ihn direkt und umarmt ihn, aber von der Mutter habe ich keine Reaktion. Also ich bin mal, sie sagt das vor dem Haus, aber es kann auch sein, dass ich mich da ziehe, also. Ja, da reden sie mir halt mit dem Hund, ja, man merkt, das hat dich ein bisschen verwirrt, glaube ich. Das, das, ja, und dann, ach, am Anfang, das, das mochte ich auch nicht so mit diesem, das, das wirkt da auch so kontextlos irgendwie mit diesem, mit diesem rosa Hund mit einer Katze auf dem Rücken. ja, das war auch komisch irgendwie. Aber, er ist trotzdem, also man braucht es dafür nicht abstecken lassen, auf jeden Fall schauen. Ja, das, das auf jeden Fall. Ich, 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 ja, also auch, da müssen wir vielleicht auch mal kurz im visuellen Stil sprechen. Das sind ja, glaube ich, sind das Wasserfarben? Es schaut so aus, es schaut, ich weiß es nicht, aber es schaut so aus. Ja, es ist, ja, aber es ist gleichzeitig, also es ist, es ist dreidimensional, aber es wirkt halt wie, wie Wasserfarben. Sehr eigener Stil, allein dafür lohnt es sich eigentlich schon. Vom Figurendesign hat es so ein bisschen was von Tim und Struppi. Also der ist, also ich wollte den jetzt auf keinen Fall schlecht reden, nur ich war jetzt doch erstaunt, wo ich ihn nochmal gesehen habe, weil vorher war ich so, oh, wow, wow, echt mutig. Und beim zweiten Mal so, fallen mir doch so ein paar Macken auf, ne, aber das ist schon, hast du schon richtig gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich wollte da gerade sagen, ich habe es, ich habe es gegoogelt und sie sagt, wie sie vorm Haus sitzt, also sie sagt zum Hund, wo immer noch der, der Mann drin ist, to find someone that he makes you happy. Also sie weiß es. Okay. Okay, ja gut, das ist, ja, das war auch eine schöne Szene. Keine Frage. auf jeden Fall. Also das ist, guckt euch an, guckt euch alle an, ganz ehrlich. Auf jeden Fall, schaut euch auf jeden Fall alle an, die sind, die sind großartig. Hast du noch, ich weiß nicht sonst, weil wir haben jetzt schon eine gewisse Länge erreicht, können ja mal kurz die anderen erwähnen, also Kitbull kann ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen, da geht es halt um die Begegnung zwischen einem, einer Katze mit riesigen Augen und einem misshandelten Hund. Pitbull, genau, mit, mit sehr kleinen Augen, die sich irgendwie an, anfreunden und der Hund wird auch irgendwie misshandelt von seinem Besitzer und dann fliehen sie beide am Ende. Der Film war in der Auswahl zum besten animierten Kurzfilm bei den Oscars, da haben wir, haben wir ein bisschen ausführlicher gesprochen in dem Special zu diesen Kurzfilmen, da könnt ihr gerne reinhören, da habe ich mit den Kollegen Till und Schlogger drüber gesprochen. Ja, dann gab es noch den mit dem fliegenden Baby, ne? Der finde ich auch, der ist halt ein sehr wichtiger Message und ist sehr, sehr nett gemacht. Ja, dann merkst du halt, der wurde von dem werdenden Vater, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Entweder werdenden oder frischgebackenem Vater inszeniert. Der ist halt, ich glaube, der ist auch komplett ohne Sprache, ne? Ja, es gibt nur einmal, er sagt einmal was und das ist halt so die, 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 die Quintessenz dann eigentlich von dem, von dem Schwarzpark. Er sagt einmal, why can't you just be normal Genau, genau und dann, ja, es ist ja, also der hat halt eben sein Kind, das fliegt und muss halt irgendwie die ganze Zeit verheimlichen, dass es fliegt. Genau, ja. Und dann irgendwie gibt es einige Situationen auf dem Spielplatz und solche Geschichten. Ja, den fand ich ganz nett, dass, ja, ich fand den visuell, glaube ich, so ein bisschen nicht langweilig, aber es ist halt, es ist halt schön, wenn du bei diesen Spark Shorts wirklich völlig andere Stilistiken siehst. Ja, okay. Und da wirkte der so ein bisschen, handelsüblich, sage ich mal, was jetzt nicht unbedingt total negativ gemeint ist. Ja, auch sehenswert. Smash and Grab gibt es noch. Genau. Magst du kurz was sagen? Ja, es gibt über zwei Roboter, die eigentlich versuchen, ihre Freiheit zu erlangen. Genau. Und die wirken so ein bisschen wie aus Wally and Lean. Ja. Also von diesen, von diesen Robotern, die ja irgendwie Fehlfunktionen haben und irgendwie ausgesondert wurden oder sowas, ne? Genau. Und da gibt es noch Wind. Genau. Da geht es auch um eine Oma und ihren Enkel, die versuchen aus seiner, es ist, es leben irgendwie unter der Erde und sie versuchen dort halt rauszukommen und bauen sich eine Rakete. Genau. Mit der Oma tatsächlich. Genau. Den fand ich auch echt schön. Ja. Auch wieder völlig ohne Dialoge. Auch sehr, sehr schön animiert. Irgendwie hätte ich noch gerne mehr von diesem Setting da irgendwie gesehen. Im Kurzfilm ist das ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich fand die Idee tatsächlich irgendwie faszinierend. Ja, aber man weiß auf jeden Fall, was er damit sagen will. Das auf jeden Fall, ja. Das. Also das, das muss man ja sagen, subtil ist keiner dieser Filme. Ja, aber trotzdem nicht auf, aufdringen. Nee, absolut. Sehr, sehr starke Kunst. Ja, ja, das, da hast du schon richtig getroffen. Das ist wirklich eine Kunst. Äh, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, sind wir durch? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, wir sind durch, ja. Genau. Wir haben jetzt, wie gesagt, auch schon eine gewisse Länge erreicht. Ich meine, gut, das sind acht Kurzfilme. Über die, die wir im Detail gesprochen haben, das sind tatsächlich die interessantesten. Guckt euch alle an. Nochmal große Shoutout raus. Guckt euch alle an. Da investiert ihr, glaube ich, wenn es hochkommt, eine Stunde rein. Stunde, ja. Weil keiner von denen ist zu lang oder, oder sonst was und selbst dann euch einer nicht gefällt, ihr habt noch irgendwie ein paar andere, also. Auch wenn euch das mit dem rosa, äh, Volkneul abschrecken sollte, guckt ihn euch an. Der ist echt gut. Der ist witzig und wirklich schön gemacht. Das rosa Volkneul ist toll. Ja, gut, dir, 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 dir muss ich nichts erzählen. Du bist, du bist, du bist schon parteiisch, was das Vieh angeht. Ja, auf jeden Fall. Ich zieh mir da nur so eine, so einen Spongebob-Weib raus. Okay. Ja, dann wären wir, glaube ich, soweit durch. Genau. Äh, hoffe, wir konnten euch so ein bisschen einen Einblick geben in die Spark Shorts. Schaut sie euch an. Wie gesagt, sind allesamt auf Disney Plus. Werden wahrscheinlich auch noch einige hinzukommen, denke ich mal. Es lohnt sich wirklich. Es ist ein Cup der Kreativität. Katharina, sehr schön die Idee von dir gewesen, das zu besprechen. Danke. War eine echt schöne Besprechung, ist ein bisschen lang geworden. Werde ich vielleicht noch an einen oder der anderen Stelle die Schere ansetzen. Ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir haben jetzt gar keine Wertung vergeben. Ich vergebe einfach so und so viele hüpfende Lampen als Empfehlung. Oder weiß ich nicht, diesen Ball mit Stern. Rosa Wolfschnäuze. Grundsätzlich. Ja, oh ja. Es muss sein, genau. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Macht es gut. Hat mich sehr gefreut, Katharina. Gerne wieder. Notfalls zu einem Pixar-Film. Ja. Ciao. Guten Tag, liebe ZuhörerInnen. Mein Name ist Max. Bei mir ist das du. Hallo. Hallo. Und wir sprechen heute über Bajo Cero. Unter Null. Ein Film, der seit kurzem auf Netflix verfügbar ist. Kommt aus Spanien. Und was passiert da? Ja, es geht um Martin oder Martin oder ich weiß gar nicht, wie spricht man Martin im Spanischen aus? Ist ja egal. Der Martin also. Der Martin. Ja, der arbeitet als Polizist im Gefängnis oder als Gefängniswärter und ganz plötzlich kommt die Aufgabe rein, dass mitten in der Nacht, in einer kalten Minternacht, ein Gefangentransport durchgeführt werden muss und unterwegs wird der Wagen angegriffen und von den Polizisten ist nur Martin derjenige, der den Angriff überlebt und er schafft es sich, in diesem Gefangentransporter zu verbarrikadieren. Allerdings hat er jetzt das Problem, dass draußen böse Leute sind und drinnen mit ihm sind böse Leute. Das ist natürlich dann nicht so die ideale Situation. Klingt eigentlich danach, dass der Film im wahren Leben wahrscheinlich so nach drei Minuten beendet sein müsste. Ja. Ja. Aber Martin ist wahrscheinlich jemand, der sich da durchschlingelt, oder? Er ist vom Heldentypos mehr so John McClane und nicht Rambo. Er bekommt es auch ordentlich auf dem Deckel, aber da bekommt es jeder ordentlich auf dem Deckel. Ich lese öfters mal wieder, dass der Film beschrieben wird als spanischer Con Air. Das kann ich absolut gar nicht nachvollziehen, nur weil es da um Gefangentransporter geht. Da haben die Filme ansonsten wenig gemeinsam, also was die Inszenierung angeht und die Stilistik. Mich hat er eher an John Carpenter's Assault Anschlag bei Nacht erinnert, weil der Film hat auch was sehr Raues, was sehr Nihilistisches und ist sehr trocken inszeniert. Okay, hat er denn auch einen guten Soundtrack, wenn er dich daran erinnert, oder? Also ist dir nicht aufgefallen? Du weißt doch, das Soundtrack ist nicht mein Metier, also die Musik ist mir weder im positiven noch im negativen Sinn aufgefallen. Aber die war da. Ein Carpenter, ne? Also den erkennt man doch. Den erkennt man. Also wenn da jetzt der Score von Carpenter wäre, das hätte ich gemerkt. Hätte das dann gepasst? Oder beziehungsweise ich fange mal anders an. Kommt er denn ran an Assault? Nein. Warum nicht? Ganz und gar nicht. Also ich finde, dass der Film wirklich stark anfängt. Der hat mich zu Beginn an einen französischen Film erinnert, der heißt Cash Truck, der dreht Guy Ritchie oder hat bereits gedreht ein Remake mit Jason Stefan, juhu, und der hat auch so was nihilistisches und der fängt, also der unter Null fängt wirklich, der ist trocken, der ist geradlinig, das hat echt Freude gemacht. Sobald dann aber es anfängt, dass er zur eigentlichen Prämisse kommt, also dass dieser Martin da halt eben alleine für sich kämpfen muss, fällt es den Machern irgendwann echt schwer, aus der Situation alles rauszuholen. vor allem auch, weil es ist ein typischer Film, der dir dann plötzlich so um die Ohren haut, so pass auf, jetzt kommt der große Twist, aber jeder, der mehr als zwei Genrefilme gesehen hat, der weiß nach ungefähr fünf Minuten des Films schon, aha, böse. Deswegen hat mir das jetzt nicht so viel vorbereitet, also er fängt wirklich sehr stark an, aber er lässt nach guter Hälfte auch sehr stark nach. Also praktisch, es wäre so ein Zeitstrahl, wenn jetzt die, oh Gott, X-Achse die Zeit wäre, also die horizontale, dann hättest du da praktisch einen Peak zu Beginn und dann gleitet er aus in die totale Langeweile. Ja, also der erste Angriff auf diesen Truck ist noch recht gut und auch was dann so passiert, weil die Angreifer von außen auch relativ gnadenlos sind, auch teilweise mit den Insassen, die wollen eine bestimmte Person befreien und es gibt einige Opfer und wenn da gestorben wird, dann ist das auch sehr unschön. Es ist ein Film, der durchaus bewusst mit seiner Gewalt umgeht, das heißt, wenn die Gewalt kommt, dann ist sie immer eruptiv und eher unangenehm, als dass sie jetzt wirklich als Schauwert fungiert, aber das Ganze, dem Ganzen fehlt dann letztlich dann doch irgendwie ein richtiger Spannungsbogen, finde ich. Da ist er nicht sexy genug. Genau, er ist nicht sexy, das liegt vielleicht auch daran, weil ich als Heterosexueller keine einzige weibliche Frauenfigur hatte. Weibliche Frauenfigur klingt auch super, weibliche Frauenfigur. Ja gut, es gibt männliche Frauenfiguren, aber die werden ja wahrscheinlich einen Heterosexuellen auch weniger anmachen. Von dem her passt es schon. Also es ist wirklich ein reinrassiger Dickflick, wie es so schon heißt. Okay. Ja. Dickflick und Cheekflick. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Film viele Fans haben wird. Der ist ja auch aktuell sehr erfolgreich bei Netflix. Ich für meinen Teil war dann leider enttäuscht, weil er fängt halt echt stark an. Ich saß hier, hab mir den angeguckt, es war so eine spontane Entscheidung, ich wusste auch gar nicht, dass der erfolgreich ist und dachte in den ersten 30, 40 Minuten, boah, der ist richtig gut, weißt du, das erfüllt gerade so meine Genre-Gelüste. Aber danach, also, wie gesagt, er schafft einen guten Einstieg, aber er schafft es halt nicht, die Qualität zu halten. Und am Ende fand ich ihn, ehrlich gesagt, nur noch doof. Ich bin aber, ehrlich gesagt, jetzt auch ein bisschen traurig, denn, also, wenn ich mir jetzt so vorstelle, so ein Gefangentransport, der ist ja wahrscheinlich keine Ahnung, da hast du dann die Spielfläche von vier Quadratmetern. Ja. So in etwa stelle ich mir das vor. Wie muss ich mir das vorstellen? Der steht dann da und ist dann mehr oder weniger so im hinteren Teil des Trucks, wo die Leute eingesperrt sind und hält sich die dann mit einer Waffe vom Leib und oder wie? Also, dieser Transporter ist aufgeteilt hinten, dass jeder Gefangene so eine eigene Minizelle hat. So ein Dixi-Klo. Ja, genau, in der Größe eines Dixi-Klos. Der Wagen ist cool sicher und das Ganze spielt in einer nebligen Nacht auf einer einsamen Landstraße. Natürlich, wenn man genau darüber nachdenkt, fragt man sich schon so, warte mal, da kommt nie einer vorbei, das kann ja irgendwie auch nicht sein und auch die Angreifer machen Sachen, wo man sich dann manchmal fragt, ihr seid auf alles vorbereitet, aber darauf jetzt nicht, also das ist schon ein Film, da sollte man nicht so sehr nach Logik gucken, da wird man nämlich sehr schnell fündig. Aber das ist nicht das Problem des Films, finde ich. Also ich finde, bei solchen Filmen, so geht es mir zumindest, da achte ich nicht besonders auf Logik. Naja, gut, okay. Wobei, in dem Fall, da hätte man doch sicherlich irgendwie sowas machen können, dass der vielleicht einen Abhang runterrutscht und dann zwischen zwei riesigen Felsbrocken eingeklemmt wäre oder so. Also das kann ich verraten, er bleibt halt nicht immer in diesem Trakt drin. Es ist jetzt die Frage, die ich noch stellen wollte, ob wir uns dann wirklich die, wie viel waren es, 90, 100 Minuten? Minus Abspann sind es so 90, 100 Minuten. Ob wir uns da dann ständig in diesem Truck befinden? Ne, also nach einer gewissen Zeit, wo, glaube ich, auch die Filmemacher gemerkt haben, okay, uns geht hier gerade das Pulver aus, geht es dann auch nach draußen und das ist dann auch letztlich der Moment, wo der Film mich dann komplett verloren hat. Leider. Okay, der Film, der dich verlor, als er nach draußen ging, schreibe ich auf die DVD. Wobei, der wird ja Netflix-exklusiv wahrscheinlich sein, oder? Der ist Netflix-exklusiv, ja. Und was ich ganz schön finde, da muss ich Netflix mal wieder loben, dass sie mittlerweile auch ein Herz haben für das europäische Genre-Kino. Also wir hatten ja letztes Jahr der Schacht, wir hatten Dein Zuhause gehört nie, wir hatten jetzt zwar kurz in diesem italienischen Film, Die Bestie, das sind nicht alles Top-Filme, aber ich glaube, gerade wenn man ein Fan des Genre-Kinos ist, da wird man von Netflix gerade doch sehr gut bedient. Ja, und vor allem, also spanisches Kino, spanische Filmemacher, die waren auch schon immer ganz ordentlich, finde ich zumindest. Ja, also der ist auch sauber inszeniert, er hat, wie gesagt, dieses Raue, dieses Dreckige, hat der durchgängig. Ich dachte am Anfang tatsächlich, dass der vielleicht woanders spielt, weil ich verbinde mit Spanien halt immer Sonne, ne, und der spielt halt in wirklich, also es könnte auch irgendwie mitten in den, mitten in den Alpen sein, so verschneit und neblig, wie das ist, aber ich wäre ein Erdkunde auch in die Niete. naja, naja, dann ist es halt irgendwo in den spanischen Alpen. Wahrscheinlich. Ja gut, dann, wenn sie jetzt noch etwas hinzufügen wollen, dann tun sie das, ansonsten geben wir zurück ins Funkhaus, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch der Film interessiert, guckt rein, denn wenn euch etwas interessiert, solltet ihr es immer mal ausprobieren, außer vielleicht mit der Hand in die Steckdose fassen. Ansonsten, danke fürs Zuhören. das interessiert jetzt keinen. Ich wollte mich gerade verabschieden, Max. Achso, Entschuldigung. Danke fürs Zuhören, danke dir, Max, fürs Befragen und Adieu. Adieu. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden von denen Sie glauben, unserer Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne verlassen können auf den Social Media Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die Bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann und bewerten Sie uns. Das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit und uns via Paypal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate-Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.